Hallo und herzlich willkommen zu einer allerersten Weihnachtsvorlosung und wir starten diese Woche mit diesen drei mega geilen Preisen. Preis Nummer 1 ist die Tony Box in blau mit dieser Figur hier und Preis Nummer 2 haben wir hier die pinke Tony Box ebenfalls mit der Figur und Preis Nummer 3 haben wir hier das Lego City Feuerwehr Set und das könnt ihr jetzt gewinnen. Alles was ihr dafür tun müsst ist ganz einfach ihr folgt uns Richter Gebäudetechnik und Richter Ingenieure hier auf Instagram. Diesen Beitrag den du jetzt gerade siehst den likest du, kommentierst warum du gewinnen möchtest und markierst einen Freund dem das ganze hier auch gefallen würde und schon seid ihr mit dem Lostopf und am Freitag den 8.12 bis 12 Uhr habt ihr Zeit euch zu registrieren und am Samstag den 9.12 um 13 Uhr komme ich dann live hier auf Instagram auf der Seite von Richter Gebäudetechnik und ziehe den Gewinner oder die Gewinnerin. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Glück ich drücke euch die Daumen und wir sehen uns spätestens am 9.12 um 13 Uhr hier auf Instagram. Haut rein! Musik 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 Vielen Dank.